So, hallo Leute, heute wollte ich euch mal das Noah und das Samuel vorstellen. Die Messer sind vom Design her, vom Thomas Süßner, der hat die auch hergestellt, extra für unseren Shop. Ich habe sie also nur beschichtet und Griffschein drauf gemacht. Ich würde sie aber trotzdem gerne mal zeigen, weil ich das Design wirklich sehr ansprechend finde. Und ich finde, der Thomas hat sich wirklich viel Mühe gegeben und sind wirklich tolle Messer geworden. Und ich wollte einfach noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also, das hier ist das Noah. Das Noah hat einen Juma-Griff, den ich selbst drauf gemacht habe. Und hat eine Gesamtlänge von 17,5 cm. Davon ist die Klinge bis zur Spitze 8,5 cm. Und die Klingenhöhe 4 cm. Ist wirklich ein wunderbares, kleines EDC. Liegt super in der Hand. Macht auch wirklich Spaß. Der schlanke Griff passt wunderbar zum Design. Ich finde es wirklich großartig. Und dann haben wir hier das Samuel. Das ist so ein kleiner EDC-Kleaver mit einem schönen Holzgriff, den der Thomas selber gemacht hat. Finde ich auch wunderbar vom Design her. Schön klein, schön spitz. Sehr gut angeschliffen. Richtig gute Arbeit. Das Samuel ist von der Gesamtlänge her 17,5 cm. Die Klingenbreite an der breitesten Stelle 3,5 cm. Und die Klingenlänge 9,5 cm. Und die Gesamtlänge 17,5 cm. Fair wohl. Beide Klingen sind, beide Messer sind 5 mm dick. Und ja, ich finde, dass sie toll sind. Passen wunderbar. Auch der Name passt. Noah und Samuel. Klasse Design. Und nochmal vielen Dank an Thomas Susner, dass er sich der Sache angenommen hat. Und ich freue mich wirklich, das bei uns in den Shop reinzumachen. Und das anzubieten. Also, dann bis dann.